Einen wunderschönen guten Tag, wenn wir ihn da jetzt bekommen, in einer neuen Folge von Final Fantasy XVI. Wir gehen ab ins Versteck, in die nächste Mission. Wir müssen dem Sid oder Kid, wie er auch heißt, folgen. Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Das ist doch... eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du's glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Hm, dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie noch. Ich bin nach oben. Aber was ist... Meinst du Karons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Ein neuer Eckstein. Mit dem Touchpad öffnet eine Karte des Bereichs, in dem du dich gerade befindest. Zielorte von Hauptaufträgen sind auch hier mit diesem Symbol markiert. Okay. Folge Sitt zum Erstrecken. Was haben wir denn hier so? Chokomopel. Da ist die Kammer. Hier darf ich nicht rein. Zisterne, Trinke, Lagerraum. Kerker gibt's auch. Ja, wir gehen direkt zu dem Kollegen. Wo auch... Ne, der ist nicht hier. Schade, gibt's keine Minimap. Das wäre so ein Quality of Life Feature, aber ist okay. Wir sind ja schon oben. Jetzt gibt's dann wieder 5 Minuten Videosequenz gefüllt. Arbeiter an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der Kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde. Um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus tot zu stechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du's ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vor hätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir. Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Hab im Dreck geschlafen. Aus Pfützen getrunken. Unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteurer. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Speer hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereit dich gut vor. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Okay, dann gehen wir mal in die Halle runter. Und erkunden das Ganze hier. Mal schauen, was es hier so gibt. Ich denke mal, bis die Action so richtig losgeht, geht es schon noch 5 bis 10 Part. Mal schauen, was es hier so ist. Dann gehen wir mal zur Schmiede, würde ich sagen. Wie ist er zum Glück nicht so weit weg? Starrsinniger Schmied. Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Habe ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gvigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krimme ich keinen Finger. Ach, wirklich? Ich übergebe ihm mal den Rum. Wenn du das hier nicht willst, schütt dich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch kein Mogrifurz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Gegenstände herstellen. Bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern. Oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst. Wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste. Halte X gedrückt. Eisenkurt. Da habe ich genau genug Material. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Danke, I guess. Wenn sich im Steckkirchen das geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Nimm neue Ware in Charons Büdchen und neuen Schmiedbauplänen im blühenden Amboss. Mache Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel, sowie auf der Karte mit einem goldenen Symbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Fass dich kurz. Okay. Und was darfst du? Kann ich irgendwas herstellen? Auch noch dreimal Virid für ein neues Schwert. Heiserne Armreife. Das könnte ich herstellen. Die Rüstung um 8 hoch. Oder soll ich das machen? Ja. Ausrüsten. Verstärken kann ich das machen auch. Ja, da fehlen wir jetzt natürlich wieder Virid. Hier Meteorstein. Die LP um 2 hoch und die Verteidigung um 3. Oder hier. 2 und 3 und hier ebenfalls. Ja, komm, machen wir. Ne, ist nichts mehr. Ich mit Götz. Machen wir. Ja. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Ich, äh, nun... Komm schon, fast geschafft. Du, hol Decken und nicht trödel. Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser. Äh, ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß eingeritten? Gute Frage, hä? Sprich mit dem Mann, der sich in die Träger kümmert. Barscher Mann. Äh. Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Haa! Verflucht. In dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na, geh schon. Beweg deinen Arsch. Taya war die Frau bei Jill. Dann gehen wir mal zu der Taria. Ab in die... Ja, in die Krankenstube. Super. Musst ihr noch Arzt spielen oder was? Immer nur Konversationen. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach. Hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto. Ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karon da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Ja, Nebenaufträge freigestaltet. Super. Achte auf Charaktere mit dem grünen Symbol über dem Kopf. Da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du unter dem Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu drei Nebenaufträge können hier gleichzeitig angezeigt werden. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiter Journal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden, solange in der Aufgabenliste angezeigt ist, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Okay. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Mnemothek. Wissenssammlung und das Orchestrion. Musik abspielen. Okay. Wird hier jeder aufgenommen? Ich mit Sharon an ihrem Stand. Und Nebenaufträge hat's auch. Okay. Das gucken wir uns im nächsten Part an. Heute ist gut. Ich sag danke fürs Zuschauen. Schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.